hallo da draußen und willkommen zurück zu einer nächsten folge arme dreieckseil ich stehe hier mit meiner drohne auf der base von spoon und wir gehen zurück in den ts channel so da bin ich wieder nimmst du noch auf ralf ja ich habe gerade wieder begonnen das ist die beste frage elber warum soll ich denn nicht aufnehmen ist das camera on ich bin übrigens mit der drohne hier bei spoon in der base gerade okay siehst du da irgendwas ich versuche gerade hier müssen rum zu scouten aber irgendwie ich meine er hat aber nee hier unten auf der unteren etage ist er nicht ich wurde beschossen richtung was ich sag euch die richtung von mir aus 80 88 grad richtung hier richtung der richtung dem berg wo ich jetzt markieren also in der unteren geschossen ist kein gefärter wo ich die drei punkte markiert habe da kommt ein links schütze her kannst du da mal abscannen was ja das sind leider 100 millionen bäume vor dafür müsste ich jetzt auf den hügel hinten hoch eigentlich ich versuche gerade die jungs am strand zu supporten weil da die ganze gegner rum rennen da kannst du dich vielleicht einfach in deckung begeben mache ich gerade ja erst mal ich gucke ist keiner von der spoon base romischerweise aufs dach habe ich keine einsicht leider ich hätte nur sagen können dass da einer ist aber da ist keiner da hat doch eben das mg von uns hat das hmg hat doch die ganze zeit oben aufs dach da in die richtung geschossen die haben da so treppen die gehen die wand hoch dass wir von der treppe ausschießen können aber auf dem dach ist wie gesagt gerade klier sehe ich kein ok wenn es macht sinn ja ok erstmal durchgegeben ich denke auch dass er sich jetzt verkrochen hat ich glaube das sind zu heiß geworden habt ihr sprengleitung bei dem unten platziert eben eigentlich vorhin das waren minen die konnten wir remote finden wir haben einfach nur terror geschoben in der base weißt du wir haben gedacht komm wenn wir haben sprengen wir vor der tür einfach die scheiß mini in luft wir konnten die remote das war ich ganz nice und danach hat auch das schießen aufgehört das fand ich auch ganz gut und frei ist gerade unterwegs mit meinem ifrit und kauft neue rucksackladungen das heißt wir werden hier auch noch was in luft jagen also wir hören noch lange nicht auf ganz besonders wenn sich jemand einmischen unser kriegmann das kann ich jetzt mal weil der strand sieht sehr sehr ruhig aus und die schießen jetzt hinter piercross da richtung gebirge auf jeden fall ist siehst du die steinformation in richtung 40 grad 50 grad circa von dir aus 800 meter ja da lauf ich jetzt mal hin und guck mal dass ich mich platziere auch dass davide gerade auf dem sack bekommt in meiner base ja bekomm ich gerade also ich hau mal ab hier von spoon ok ich gehe jetzt mal zu meiner base fliege zu meiner base und versuche ich mal für dich zu scouten mit der 60 grad kamera unten drunter das ist echt crazy man das kann einiges nur man kann sein wenn im flug wird es ein bisschen schwierig getrackt macht immer den mad passenger ach weißt du was der hat sich den das auto gekauft mit dem mg deswegen der schießt gerade mit dem na wie heißt er auf road aufroder genau 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 mit dem aufrund abend hast du glaube ich so ich wechsle jetzt mal auf geschützt steuerung hier auf die inneren sicht also über unsere base sehe ich gerade nicht viel die schüsse kommen eher richtung osten ja ok kann auch gut sein aber ich habe die schütze die den knall auf jeden fall hier aus der gegend ja ich habe ja noch so mega weit weg die base neben euch mehr der andere tower welche base ist das ja da wo ich gerade mit der drohne umgeflogen bin der ganz hoch ist dünn ist und oben so ein riesen doch hat ja genau ja das müsste bund sein da war ich aber gerade da bin ich mit der drohne rumgeflogen fünf minuten habe niemand mehr gefunden ja da hat verschoben der hat jetzt kontakt auf mich ok aber da bitte wir haben ja auch noch über dem boden das müsstest du sein oder negativ ich bin in deiner place verschiebt schon für ihn dass ich mal die gegend hier abscouten kann und vielleicht aufs boon schießen kann ja ja ich meinte nicht gleich da wie dir das war klar dass du an der base wirst ich fliege jetzt über dich darüber richtung base und vielleicht schießen die auf mich und dann kannst du vielleicht in munition sehen bent was killed boy get fragt man hat er wieder abhaust ey sag mal was der da als rechtsball hat er hat aber der kriegt doch krassen bonus dadurch dass er die ganze zeit damit 500 600 oder so ne ja das ist deine drohne die ich bin über die ja genau ich bin über die voll geil ich hab ein bisschen bisschen intuition gepuppert so geschützt feuer ansicht ändern nachts sicht also in richtung base kann ich nicht gucken so weit geht meine kamera leider nicht der wird in keiner base sitzen dann zum schießen bitte es wieder darauf achten ja du mal bitte auf den strand helft den jungs kann ich nicht da sonst bin ich ein toter mann okay sehe die person pass auf am boden pablo auf 358 grad von meiner position ausgeht in richtigen straße sieht nicht bewaffnet aus komischerweise ich flieg mal hin okay 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 also du gehst jetzt richtung 180 grad und dann die zur straße hin 158 grad hast gesagt ja vielleicht du auch da wieder vielleicht kannst du den auch sehen hier die drohne ich weiß nicht ob du siehst auf jeden fall pablo du weißt wo ich bin ja ja alles klar ich gehe nur auf den feuerstand hier pass auf okay die person ist direkt unter mir im bus das ist der sniper typ näher noch okay ich wurde runter geschossen ja das war das wie geil ist das denn jetzt ist einfach frei direkt hierher gekommen wie geil ist das denn perfekt also ich konnte helfen ja einige so frei bin wieder da man meine drohne wird gerade geschossen bist du bereit dann fahr ich wieder frei alles gut soweit warum höre ich denn ja bei mir ist so ruhe ich habe die gemutet und ich höre dich so schlecht du bist total leise bei mir so leute frei fahren jetzt das boom bays können wir machen wenn du möchtest aber dann soll ich meine männer lieber abholen da ja deswegen nein 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 ich will nicht ich frage dich was wir machen sollen das musst du jetzt ansagen also ich will eigentlich wie es jetzt weiterreden darf ich fast bin ja okay dann sagt es doch einfach alles klar alles klar mache ich sage ich bescheid warte jungs bitte weiter auf die insel wir fahren wieder zu den seahawks und springen weiter die base weg wir haben zwölf rucksack ladungen im auto könnte noch mal eben die von spoon weg sprengen ja aber wir wollen wenn wir das bundes der nächste okay wir haben ja noch gibt aber abend ein dickes lob noch mal ein frei falls es hier guckst man dass du so viel geld da investiert finde ich sehr nice von dir das ist ein bambi bei mir jemand in der base ist bei mir in der base hilfe ist von dir er lebt er noch er lebt er noch wer noch lebt sind alle noch also ich bin noch nicht gestorben bisschen okay man gestorben wie hat er das denn überlebt er hier aber hat er nicht gerade auf mich geschossen sag mal nein ich habe noch keinen kill bekommen das hat mich nur gerade irritiert weil ich gerade einen überfahren habe ist man, ich will mir verlieren weg da in der in der ralf also was ich feststellen david du bist doch hier im channel was hast du geschrieben ja bei mir ist einer in der ralf base und genau da wo er sitzt wurde ich beschossen Das macht keinen Sinn, David, denn was du erzählst? Was? Da, wo sitzt du bist du beschossen? Ja, da wo der Typ gerade sitzt, der in meiner, also in deiner Base sitzt mit mir, der ist gleich tot. Seid mal ruhig, seid mal ruhig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Soll ich stehen bleiben oder was? Nein, nein, nicht du. Einfach nicht reden kurz, weil ich muss gerade mal eben konzentrieren. So, Frye, sorry, mich hat auch David gerade vollgequatscht. Ich habe keine Ahnung. Was hast du gerade gesagt? Alles klar, ich packe wieder hinten dran, dann leert ihr die Kiste und dann fahre ich wieder weiter, okay? Perfekt. Cool, Mann, danke schön, Mann. Wirklich cool, Mann, wirklich cool, Mann. Läuft du richtig gut, Mann, danke dir dafür. Danke dir, Mann. So, alles klar, David. Ich tue jetzt die mal absetzen und das heißt, du brauchst Hilfe an der Base. Negativ. Das ist ja der Schütze, der die ganze Zeit schon da rumschießt, der Pablo übernimmt das, klar. Ja, der spottet ja schon die ganze Zeit. Du bist ja auch schon mit der Drohne entlang geflogen. Genau, das ist doch dieselbe Situation, die wir vor fünf Minuten schon hatten. Genau. Du hast das gerade so erzählt, dass du jemand in deiner Base und will auf dich schießen von der Position aus. Das ist total verwirrend gewesen. Ich habe gerade auch nichts wirklich verstanden. Da musst du echt an der Kommunikation arbeiten, David. Das habe ich nicht geschnallt, Mann. Ganz besonders, wenn ich hier mit einem anderen Typen gerade an der Base bin, der gerade lauter Sprengstoff aus meinem Auto holt, fünf Leute über ein Auto rumrennen und dann schreit einer, Halt, Stopp. Also das war natürlich jetzt die Erfahrung. Ja, Halt, Stopp habe ich geschrien, weil ihr da unten rumrennt und hier ein Sniper gerade auf euch geämmt hat. Der Goalssniper hat nämlich. Nee, alles gut, habe ich geschnallt, ja. Wo geht ihr einfach? Ich renne mal zu ihm hin, der ist 100 Meter entfernt von deiner Base, Ralfi. Hast du gerade Ralfi gesagt? Ja. Nee, wieder tue ich es. Nee, nee, komm, da hast du natürlich. Ja, ich bin manchmal ein bisschen so on the edge, auch jetzt da wieder nicht falsch zu stehen, aber es ist halt eine Kampfsituation, ich will nicht sterben, Mann, das ist der Ehrgeiz. Ich will nicht verkacken so und ich nehme das auch noch auf und wer nimmt schon gerne auf und dann verkackt, ne? Ich bin halt ziemlich verwirrt, warum da halt gerade mit mir einer in der Base ist. Ja, aber da ist doch keiner in deiner Base. Du erzählst doch irgendwie, das ist doch Bullshit, da ist doch keiner in deiner Base. Ja, einer von uns. Ja, dann sagt das doch, dass einer von uns ist. Wir denken die ganze Zeit, das ist ein Gegner. Ja, deswegen schreibe ich einem im Gruppenchat, was er da macht. Bist du in dem flachen Tower mit den Schlitzen oder in dem hohen Tower? Mit den Schlitzen. Ja, du bist alleine in der Base, Alter. Ja, jetzt bin ich alleine wieder, ja. Der ist gerade vor zwei Minuten losgelaufen. Ja, aber David, daraus kannst du doch nicht so einen Terror machen, Mann. Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ja, warum soll er nicht stirben? Ja, gut. Du verstehst das nicht. Doch, ich verstehe, der hatte kein Hexagon. Der war in meiner Base und der gehört wahrscheinlich zu uns und war nicht in der Gruppe, richtig? Negativ. Er war in der Base und ich wollte, dass er von der Position weggeht, weil er sonst tot wäre, weil er genau in der Position saß, wo ich beschossen wurde, von dem Sniper aus dem Osten heraus. Das habe ich auch unten reingeschrieben. Geh bitte aus von der Position weg, sonst musst du gleich tot. Warum erzählst du das uns? Warte mal, ich muss in dem reden. Wenn alle fertig sind, bitte wegfangen dann auch noch, weil wir werden ihn sprengen. Alles gleich, fahr. Wegfahren. Also ich habe ihn erfolgreich umlaufen übrigens und gerade gekillt. Das war der, der die ganze Zeit auf dich geballert hat. Es wird wieder gesprengt auf der Insel, Leute. Passt auf. Ja. Nur zur Info, falls ihr das Feuerwerk nicht verpassen wollt. Ich habe mich wohl gesprengt. Innen drin, die Türen. Das sind ja, die haben ja einzelne, äh, ja, so soll ich sagen, so ein kleines Labyrinth da unten gebaut. So, und da wieder, wie gesagt, das war nur zu verwirrend. Ich habe es einfach auch nicht geschnallt, weil ich nicht zugehört habe, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Ich war selber sehr verwirrt, weil der einfach in der Base war und keiner hatte eine Ahnung warum. Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, was du genau sagen willst. Ähm, Pablo, du bist noch an dem Boden-Typen dran, ne? Der ist tot, wie gesagt. Nice, GG, okay, super, super. Ghost Sniper hat sich hier mit einer M320 hingelegt, auf 300 Meter an deine Base und ich habe den gerade weggesnackt. Der fährt gerade wieder hin mit dem Quad. Gut. 115 Grad. Ja, da liegt nur noch seine Waffe. Versuche ich jetzt gerade zu holen. Okay. Das ist dein Heli hier, da wieder, ne? Der kleine hier unten, ne? Ja. Kannst du ihn mal ein bisschen beschießen, weil wenn er dran will, dann einfach umschießen. Oh shit, was da gerade passiert, wer denn da, wer denn das gemacht hat? Ghostface wurde von Freige killt, man. Oh shit, man. Da hat jemand in Springladung direkt vor der Base gelegt und da ist Ghostface draufgegangen. Ja, das waren wir. Ne, Quatsch, das waren wir nicht. Ghostface von uns, wenn ich das richtig sehe. Aber hier ist noch eine Rucksackladung, die die nicht gesprengt haben. Warum nicht? Ja, das war die hier drin. Der hat gerade seinen Kumpel gesprengt, ohne Scheiß, Mann. Da wieder siehst du ihn noch? Möchtest ja gerne, Ralf, aber ich... Obacht den bitte. Ich habe hier noch eine blöde Sprengladung an der Tür. Ach nee, die sprengen die nicht, die Deppen hier. Langsam wird es ein bisschen zu confus mit der Sprengung, wir sollten das haben, müssen wir aufpassen. Ja, eben, ich wäre hier nämlich beinahe jetzt gerade schon irgendwo rumgelaufen. Da sind noch zwei in der Base-Zone, ihr seht ja die Hexagons, ne? Ich will jetzt nicht mit der Sprengladung wegfahren, deswegen. Also Leute, ihr seht, es ist immer noch totale Action, es geht immer noch weiter. Wir sind noch lange nicht fertig, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Armada Exile, hier bei den Seahawks. Ciao!